Willkommen in Karlsruhe! Hier im Herzen der Stadt befindet sich die Ludwig-Erhard-Schule, in der sich Schüler aus ganz Baden-Württemberg zusammenfinden. Was die Schule ausmacht. Erstmal ist eine Schule wie jeder andere auch, wenn man sie von außen sieht. Man muss die Schule schon näher kennen, um zu wissen, was die Atmosphäre hier an der Schule ist. Das liegt natürlich auch an der Führung der Schule, dass wir hier sehr kollegial miteinander umgehen und sich dieser kollegiale Umgang auch die Schüler übertragen kann und deswegen ein sehr offenes Haus haben. Die Ludwig-Erhard-Schule unterteilt sich in Vollzeit- und Berufsschule. Die Vollzeit-Schule. Deine perfekte Alternative zum Gymnasium. Diese ist unterteilt in zwei Bereiche. Zum einen das Berufskolleg. Hier wirst du innerhalb von zwei Jahren ideal auf den Beruf vorbereitet und kannst wahlweise deine Fachhochschulreife erlangen. Oder hast du schon eine abgeschlossene Ausbildung? Dann kannst du auf dem BKFH innerhalb eines Jahres deine Fachhochschulreife nachholen. Ich bin froh, dass ich meine Fachhochschulreife an der Ludwig-Erhard-Schule hier nachholen konnte und meinen Grundstudiengang nun beginnen kann. Die Berufsschule. Hier lernst du dein theoretisches Wissen im Berufsalltag anzuwenden. Ich mache hier meine Ausbildung zur tiermedizinischen Pfarrangestellten. Und hier bin ich in der Praxis, wo ich die praktischen Teile meiner Ausbildung mache. Das hier ist eine unserer Behandlungsräume. Auch die Ausbilder renommierter Betriebe aus den Bereichen Wirtschaft und Medizin sind von der Kompetenz der Ludwig-Erhard-Schule vollständig überzeugt. Mir gefällt ganz besonders gut, dass unsere Auszubildenden in der Schule bestens auf die praktische Arbeit im Betrieb vorbereitet werden. Und das ist spitze. Im wirtschaftlichen Bereich werden kaufmännische Ausbildungsberufe wie zum Beispiel Industrie- oder Groß- und Außenhandelskaufmann sowie Dialogmarketing angeboten. So, hier bin ich in meinem Betrieb. Hier bin ich drei Tage die Woche. Und hier übe ich den praktischen Teil meiner Ausbildung aus. Ich mache Auslandelskaufmann hier in der Ludwig-Erhard-Schule. Unser Fachgebiet ist BWL. Und wir haben sehr viele Möglichkeiten, hier andere zusätzliche Qualifikationen zu erlernen. Sehr interessant hier, muss man sagen. Man lernt viel, da wir Blockunterricht haben. Also wir sind einen Monat im Betrieb, einen Monat in der Schule. Und das macht sehr viel Spaß, weil es immer abwechslend ist. Zusammenfassend kann man die Schule in wenigen Worten beschreiben. Motiviert. Gemeinschaftlich. Wenig Autorität. Berufsvorbereitend. Polikial. Dynamisch. Vielfältig. Operativ. Modern. Innovativ. Fantastisch. Eine Schule mit Herz und Verstand. Ich fahre jeden Tag von Heidelberg nach Karlsruhe seit sechs Jahren. Und ich mache das gern. Und das beschreibt eigentlich schon die Schule von meiner Seite aus. In interessanten Projektarbeiten lernst du innerhalb eines Zeitplans im Team zu arbeiten. Wie zum Beispiel den Ausbildungsberuf der Kaufleute für Marketingkommunikation. Wir haben Karriere. Und was ist mit dir? Mehr Informationen über die Schule findest du unter der Website www.les-ka.de Mehr kann man denn die Elemente der Masteroption bedürfen? Mehr kann man denn die Elemente der Masteroption bedürfen? Falsch ist. Löschen. Noch mal. Einfach noch mal. Einfach noch mal. Wir können ja schreien. Verstehen. Ja. Ja. Verstehen. Verstehen. Untertitelung des ZDF, 2020